Entschuldigt das doch mit Stein, Papier, Schere, Echse, Spock. Was soll das sein? Stein, Papier, Schere, Echse, Spock wurde vom Internetpionier Sam Cash entwickelt, als Weiterentwicklung des klassischen Stein, Papier, Schere. Gegrüßt sei Sam Cash. Hi. Wie funktioniert's? Och, ganz einfach, Jan. Schere schneidet Papier, Papier bedeckt Stein, Stein zerquetscht Echse, Echse vergiftet Spock, Spock zertrümmert die Schere, Schere köpft die Echse, Echse frisst Papier, Papier widerlegt Spock, Spock verdampft den Stein und, so wie es immer war, Stein schleift Schere. Entschuldige, kannst du es wiederholen? Ja, natürlich. Schere schneidet Papier, Papier bedeckt Stein, Stein zerquetscht Echse, Echse vergiftet Spock, Spock zertrümmert Schere, Schere köpft Echse, Echse frisst Papier, Papier widerlegt Spock, Spock verdampft den Stein und, so wie es immer war, Stein schleift Schere. Er schafft fast, noch einmal. Schere schneidet Papier, Papier bedeckt Stein, Stein zerquetscht Echse. Schalt den Schluss damit! Er verarscht dich nur.